Ja, wir freuen uns. Wir sehen an der zahlreichen Teilnahme, dass wir uns heute Abend informieren lassen zu einer der wichtigsten Quellen, nämlich zu den Kirchenbüchern, die bei Archäon hinterlegt sind, die für die Familienforschung eine sehr wichtige Quelle bilden. Ganz aktuell ist auch zu berichten über ein Relaunch der Webseite von Archäon und ich freue mich, dass Herr Müller-Bauer selbst als Leiter dieses Angebots, dieser Quelle uns über Archäon berichten wird. Archäon ist ja auch mittlerweile, glaube ich, zehn Jahre alt schon und ja, wir sind gespannt, was wir da über Archäon hören und wie man sich auf Archäon auf der Datenbank zurechtfindet, was man suchen kann, was alles schon hinterlegt ist. Sehr viele Tausende von Kirchenbüchern sind dort zu finden und vielleicht hören wir auch, wie es in Zukunft noch weitergeht, was so in den nächsten Monaten da noch online gestellt wird. Herr Müller-Bauer, Ihnen ist das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung erst mal und auch für die nette Einführung. Ja, ich nutze die Gelegenheit, gerne Sie vor allem über unseren Relaunch zu informieren. Ich würde es einfach so machen, weil ich natürlich nicht weiß, wie sehr Sie unsere Website kennen. Da werden die Kenntnisstände sehr unterschiedlich sein. Ich zeige einfach so mal prinzipiell, wie alles funktioniert, immer mit dem Hinweis, was jetzt neu ist und genau und nachher gibt es ja auch die Möglichkeit zu fragen, also wenn Sie dann Detailfragen haben, nachher sehr gerne. Seit November haben wir eine neue Website. Das haben Sie, wenn Sie Archion bisher schon nutzen, natürlich bemerkt. Es gab verschiedene Gründe und auch wir haben da verschiedene Dinge gemacht. Es ist einerseits schon sehr neu, aber manche ist doch auch sehr vertraut. Das war natürlich uns auch wichtig, damit wir auch unsere Forschenden, die bisher mit Archion forschen, mitnehmen können. Manche Dinge, die wir gemacht haben, die sind eher im Hintergrund abgelaufen. Das heißt, wir haben das Content-Management-System, das wir verwenden. Da haben wir eine neuere Version und also so waren einfach so ein paar Dinge, die wir modernisiert haben, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Aber Sie merken schon, wenn Sie am Anfang draufklicken, ist ein bisschen andere Farben, andere Optik, anderes frischeres, moderneres Design haben wir dann eingeführt und wir haben auch die Benutzerführung geändert. Es sind eigentlich zwei Hauptdinge, die da geändert haben. Vielleicht auch ein paar mehr, aber so zwei Sachen, die einmal auffallen. Sie haben in oben, wenn Sie das sehen, das Menüband vom Logo und Archion, wo es da steht, bis rüber zu den Hilfe und Deutsch-Englisch-Version. Das haben wir etwas verschlankt. Das heißt, da waren früher viel mehr Menüpunkte zum Klicken. Wir haben das an heutige Surfgewohnheiten auch angepasst. Das heißt, Sie haben hier immer noch am Anfang gleich den Hinweis auf die Kirchenbücher und manches, was sich jetzt vorher in den Menüs versteckt hat oder über die Menüs erreichbar waren, versteckt waren sie ja nicht, finden Sie da zwar nach wie vor auch noch, aber wir haben auf jeder Seite, haben wir, wenn man runterscrollt, da war ja früher bei uns nichts, da war nur der Footer. Wir haben hier immer auf jeder Seite, egal auf welcher Seite Sie gehen, haben Sie unten neben der Hauptinformation immer noch Angebote, die für Sie interessant sein könnten, wenn Sie auf der Seite sind. Das heißt, das sieht jetzt nicht, ich zeige es Ihnen mal bei der Startseite, so sieht die Startseite aus, aber eine andere Seite sieht wieder anders aus. Das heißt, hier können Sie den Button drücken, so funktioniert Archion als erste Information. Wenn Sie aber das schon kennen, können Sie hier gleich, ohne irgendwo hinzuklicken, gleich den Ortsnamen eingeben, wenn Sie Kirchenbücher suchen, können sich über Kirchenbücher informieren, über die Archive gehen und auch hier die ersten Schritte mit Archion sich anschauen. Hier gibt es noch mal, was ja sehr viele von Ihnen intensiv nutzen, direkte Link darauf hin, wo wir auflisten, tagesgenau welche Kirchenbücher online gegangen sind. Da können Sie sich praktisch hier gleich drauf. Dann haben wir hier noch mal unsere Imagefilm verlinkt und was wir ja auch schon immer hatten, ist ein kostenloses Beispiel aus einem Archiv, das man anzählen kann. Einfach, weil die Leute, die eben eher neu sind, die nicht wissen, wie sowas aussieht, wie ein handgeschriebenes Kirchenbuch mit der deutschen Schrift aussieht, dass sie sich das mal anschauen können, um selber entscheiden zu können, macht es einen Sinn, dass ich mich hier überhaupt anmelde. Genau und so geht es hier gerade weiter, jedenfalls aufs Forum. Dann kommt hier, das ist auch neu, das hat vorher also schon gefehlt, eine direkte Newsletter-Anmeldung. Das heißt, Sie können das direkt hier an der Website machen und der kommt ja so elfmal im Jahr, der Newsletter. Demnächst wieder wird der Dezember-Newsletter kommen. Und dann hier unten natürlich der Footer mit AGB, mit Hilfe-Bereich. Unsere Bezahlarten sind aufgewandt und wie Sie uns auf den Social Media finden können. Das muss ich Ihnen jetzt nicht Seite für Seite zeigen. Einfach als Beispiel. Hier sind einfach die Themen noch mal direkt verlinkt, die jemand interessieren könnte, die ja auf dieser Seite ist. Ist jemand auf der Detailseite schon zum bestimmten Thema? Dann werden da andere Dinge angeboten. Also hier das rechts oben das Konto und Forum und sowas. Und der Hilfe-Bereich ist es ja im Prinzip gleich geblieben. Wir haben hier, Sie sehen das, wenn ich drüber fahre, das wird es weiß, den Button Zugang kaufen. Wir wollten einfach, dass es gleich transparent ist, damit die Leute wissen, okay, ich muss da was, also wenn ich die Kirchenbücher anschaue, muss ich was bezahlen, dass wir, es soll nicht den Eindruck erwecken, wir verstecken die Kosten und dann hoppla, jetzt muss doch noch was zahlen. Das ist gleich transparent auf der ersten Ebene gleich erkennbar. Und jemand, der es einfach schon kennt und mal wieder neue Passbuche will, kann einfach da direkt draufklicken ohne große Umwegwege. Was jetzt sehr gleich und doch anders ist und das vielleicht für die vielen Nutzer, die eigentlich die einzige richtige Umstellung sind, sind hier die Begriffe Ortssuche und alle Archive. Dahinter verbirgt sich eigentlich nur das frühere Suche und das Browse. Da würde ich aber nachher, also das einfach schon mal so als Information, zunächst würde ich aber auf den Bereich Archion entdecken gehen. Da haben wir einen Bereich, der vorher auch anders verteilt war. Zum Teil sind es einfach die gleichen Themen. Also hier auch die ersten Schritte. Wie komme ich rein mit Archion? Was muss ich machen? Und Sie sehen auch hier wieder Themen, die für jemanden, der anfängt, interessant sein könnten. Und was Sie hier sehen, Sie sehen jetzt jemand, der ein Handy hat. Sie haben das vielleicht schon mitgekriegt, also jedenfalls war eine der Neuerungen, die wir eingeführt haben, ist die Fähigkeit der Webseite, sich an mobile Geräte einzupassen. Also bisher war das theoretisch auch schon möglich. Man hat aber praktisch das Bild der Startseite in diesem Format gehabt und konnte es verkleinern oder vergrößern. Aber das war natürlich nicht gut zu benutzen. Und uns ist natürlich auch klar, dass Forschen in alten Kirchenbüchern nicht gerade das geeignet ist, mit mobilen Geräten fallen, mit Handy. Aber es war doch so, dass uns viele Nutzer gesagt haben, sie benutzen es trotzdem oder selbst wenn sie im Zug unterwegs sind, dass sie recherchieren, was ist online, was ist neu online gegangen. Also doch das oder im Tablet kann man ja schon eher mal so einen Text auch lesen. Also dass es doch sehr stark zugenommen hat. Deswegen haben wir ja gesagt, das wollen wir auch ermöglichen. Das wäre mit unserem alten System auch nicht gegangen. Was aber nicht heißt, dass jetzt die mobile Version irgendeinen Vorgang hätte. Bei uns hat ganz klar Desktop-Version, mit der eigentlich praktisch jeder Nutzer arbeitet. Auch jemand, der jetzt mit dem Handy arbeitet, wird sicher Wellenstudium eher am Desktop machen. Das war unser Hauptaugenmerk. Aber das andere ist es auch ermöglicht worden. Ich zeige es Ihnen gerade, Max Schwind, hier. Oder gehen wir vielleicht hier auf Kirchenbücher. Wir haben ja die ersten Schritte. Dann haben wir die News, die Neuigkeiten. Gehen wir jetzt auch mal auf die Kirchenbücher. So sehen, wir haben hier dieses Band, wie bisher auch, mit den Menüpunkten, das blaue Band. Und dann hier haben wir es über Kirchenbücher, hier was daneben über deutsche Schrift, Leseübungen und so weiter. Ich zeige Ihnen mal, wie es jetzt ganz schmal ist. Und da sind jetzt die Menüpunkte da oben hingewandert. Und hier im Hauptfeld sieht man nur die Ortssuche und alle Archive. Die anderen Dinge sind hier an die Menüleiste gewandert. Das heißt, da schiebt sich einfach alles zusammen. Je nachdem, wie groß Ihr Bildschirm ist. Das heißt, beim Tablet weniger als beim Handy. Genau, wir haben hier die, wie schon immer, diese Themen erste Schritte, die News. Ganz wichtig natürlich die neuen Digitalisate. Da sind wir wie bisher auch transparent. Und Sie können es einfach auszahlen. Hier von der Evangelischen Kirche in Norddeutschland sind jetzt 76 Kirchenbücher gestern online gegangen. Sehen auch, welche Kirchenbücher das ist. Können runterscrollen. Dann waren es auch Sanofa von der Landeskirche. Die Kirchenbücher, da sind 17 online gegangen. Das können Sie, wie bisher auch, sehen. Wir haben es jetzt mal in eine größere Schrift gesetzt. Muss man ein bisschen mehr scrollen. Aber dafür ist es auch ein bisschen besser lesbar. Wir sind ja, seit zehn Jahren gibt es uns. Seit acht Jahren sind wir online. Und das haben wir ja seit Anbeginn, Sie kennen das die meisten ja, so gemacht, dass Sie immer sehen können, tagesaktuell, was eigentlich online gegangen ist. Das ist ein wichtiger und sehr beliebter Punkt. Dann haben wir das, was ich gerade schon gezeigt habe, im Bereich über die Kirchenbücher, die deutsche Schriftleseübungen, Informationen über die Kirchenbücher. Da kann man sich einlesen. Viele von Ihnen werden das bekannte Themen sein. Für Sie natürlich dann nicht so relevant. Aber auch hier nochmal, wenn man sich durchgläsert, den Suchschlitz und die weiteren Informationen, was am Anfang für jemand interessant sein könnte. Dann haben wir hier noch den Punkt Familienforschung, wo wir auch ein paar Tipps geben, wie es jemand, also das ist natürlich vorwiegend für Anfänger, wie kann man da überhaupt einsteigen, sagen, was ist notwendig, um zu starten. Aber das wird für die meisten, für Sie wird das alles ja bekannt sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig für Leute, die sich neu damit befassen, dass die dann einfach auch wissen, was sie jetzt eigentlich sinnvollerweise anfangen. Hier auch wieder, wie auf jeder Seite unten im Footer, die Newsletteranmeldung. Und hier, das haben Sie vorher schon mal gesehen, die Möglichkeit, ein Kirchenbuch, also die Kirchenbücher einer ganzen Gemeinde online zu sehen. Da können Sie, ohne registriert zu sein, ohne einen Pass bezahlt zu haben, können Sie da reinschauen. Genau. Das war das zu dem Bereich, die Archion entdecken. Da komme ich nochmal später dazu. Und natürlich, die wichtigsten Dinge sind die Ortssuche. Da verbirgt sich dahinter letztendlich der früher der Schlitz-Suche. Nur wir haben es jetzt auch wirklich so auf Ortssuche beschränkt, weil hier Leute, die Archion nicht kannten, manchmal auf die Idee gedacht haben, sie könnten einen Namen eingeben und würden dann ein Ergebnis haben. Das wäre einfach ein falscher Anschein. Den Anschein will wir uns natürlich nicht geben. Haben das hier etwas verändert. Sie sehen auch hier nochmal ein eigenes Suchschutz für User-Generated Content. Da komme ich auch nachher nochmal zurück. Und wir hatten vorhin auf der alten Website, hatten wir das Durchklicken durch die Kirchenbuchbestände. Das hieß da Browse. Und wir hatten rechts oben im Menü, hatten wir noch einen Punkt Archiv in Archion. Das war immer ein bisschen umständlich. Die Leute mussten dann, wenn sie sich über das Archiv informieren wollten, da rechts oben klicken. Wollten sie aber zu den Kirchenbüchern dieses Archivs, mussten sie sich wieder links durchklicken. Das haben wir jetzt zusammengeführt. Und sie haben hier eine Deutschlandkarte. Hier können sie die Bundesländer anwählen. Und ich sehe auch gleich, wieso es hier Bundesländer und nicht mehr wie vorher die evangelischen Kirchengrenzen hier dargestellt werden. Sie können das hier die Bundesländer auch per Menü da hier aussuchen. Sie können auf die Karte klicken oder sie können es auch hier unter rechts anklicken. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Niedersachsen anschaut und da draufklickt, dann sehen Sie, da sind eine ganze Reihe von Archiven drin. Das Evangelische Archiv in Oldenburg, das Bistumsarchiv Hildesheim mit einem Teil seiner Kirchenbücher, und zwar eine einzelne reformierte Kirchengemeinde von Hannover, das Landeskirchearchiv in Hannover, das in Braunschweig und das Niedersächsische Landesarchiv, also ein staatliches Archiv, das hier bei uns Kirchenbücher aus dem Bereich Schaumburg-Lippe online gestellt hat. Und deshalb sehen Sie hier auch die Bundesländer. Ich zeige es nochmal an einem anderen Beispiel. Wenn wir hier nach Rheinland-Pfalz gehen, und zwar hier sehen Sie, hier gibt es auch, obwohl Rheinland-Pfalz ja eher klein ist, hier gibt es mehrere Archive, die wir online haben. Das ist einfach mal die Archiv der Menonitischen Forschungsstelle. Die haben Kirchenbücher der Menonitischen Glaubensgemeinschaft, die historischen Kirchenbücher, haben die in ihrem Bestand und haben die freundlicherweise über uns online gestellt. Dann haben wir auch die katholischen Kirchenbücher des Bistumsarchiv Speyer und wir haben darüber hinaus auch vom Landesarchiv Speyer und Landeshauptarchiv Koblenz, die haben in ihren Beständen auch Kirchenbücher und die haben wir auch online. Wenn Sie sich das hier anschauen, last but not least, das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in der Pfalz. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann verschwindet auch die Deutschlandkarte und jetzt bin ich ja beim konkreten Archiv, beim kirchlichen Archiv. Jetzt ändert sich wieder eine Kirchenkarte. Das heißt, jetzt sehen Sie nicht mehr Rheinland-Pfalz, sondern jetzt sehen Sie die kirchliche Pfalz, was da jetzt an Bestände dazugehört. Und dann haben Sie hier, das ist neu, da haben wir jetzt nämlich das, was ich vorhin erwähnt hatte, wir haben die Informationen zu dem Archiv, haben wir jetzt nicht mehr rechts oben Archiv in Archion, sondern haben das jetzt alles hier schon auf dieser Ebene, sodass Sie nicht an verschiedenen Stellen klicken müssen, sondern die Informationen hier haben. Das heißt, Sie haben die Besucheradresse, die Postadresse, Telefon, natürlich die Mailadresse und auch die Homepage und dann eine Information zum Gebiet, also welches Gebiet da zu der Landeskirche gehört, Zugang über Archion und wie die Benutzung vor Ort aussieht. Also diese Ersteinformationen haben Sie und Sie können natürlich auch hier, lohnt sich oft, vor allem wenn wir die Kirchenbücher, wir haben ja Kirchenbücher nicht von allen Archiven vollständig, Pfalz ist soweit des Gehen vollständig, aber bei anderen Archiven ist das ja noch im Aufbau und da muss man dann eben trotzdem auch mal noch in das Archiv, Sie an das Archiv wenden und da ist dann diese Information wichtig und Sie sehen hier, die evangelischen Archive, aber auch die katholischen haben hier in der Regel immer auch schon einen Reiter für Familienforschung über Kirchenbücher, Schutzfristen für die englischen Kunden, auch über uns über das Kirchenbuchportal und da können Sie sich draufklicken und sich dann auch weitere Informationen holen. Also das ist immer ganz wichtig. Da ein kurzer Weg von unserer Webseite zu den kirchlichen Archiven und auch den anderen Archiven, die uns mit dem wertvollen Material versorgen. Sie haben es ja schon gesehen, hier kann man sich so durchklicken, dann kommen die Kirchenkreise, da wo wir sie haben, haben wir nicht bei allen Landeskirchen, dann haben wir hier die einzelnen Kirchenbücher, wo ich draufklicken kann und dann das Kirchenbuch auswählen. Das ist der eine Zugang. Der andere Zugang ist gleich geblieben. Das ist der Zugang über den Suchschlitz und da auch optisch anders gestaltet. Sie hatten vorher ganz viele Checkboxen und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen schlichter gehalten, aber nicht weniger effektiv. Hier geht es also erstmal darum, den Ortsnamen eingeben. Ich gebe mal Aurich ein, weil es immer den Aha-Effekt gibt. Aurich, Sie sehen das, von den Orten, die wir drin haben, wird es immer schon ein Angebot gemacht. Welche Aurichs haben wir und welches suchst du denn? Und das ist dann immer das, in Norddeutschland oben das Aurich, das kennen die meisten Leute auch, aber dann ist man ganz überraschend, dass es auch in Württemberg auch ein Aurich gibt. Das heißt, darum kann man dann raussuchen, was suche ich denn? Hier in Aurich in Norddeutschland gibt es auch noch Garnisonkirchenbücher und Kirchenbücher des Schlosses. Ich kann dann hier, wie gesagt, den Ort eingeben. Ich gebe es mal ein Beispiel aus Württemberg, meiner Heimat ein. Kann ich hier jetzt zu Kirchenbücher suchen gehen und hier können Sie auch noch das Datum eingeben, also die Jahre, von welchen Sie einschränken wollen, die Suche. Und hier können Sie noch einblenden, wenn Sie zum Beispiel nur Beerdigungen oder nur Taufen suchen. Bloß einfach ein bisschen übersichtlicher und es ist ja in der Regel so, bei kleineren Orten müssen Sie gar nicht groß einschränken. Da können Sie so überblicken, was es da an Kirchenbüchern gibt. Wenn es eine große Stadt ist, wie jetzt Essen, Dortmund oder Berlin, Hamburg oder was wir so alles haben, Stuttgart, da ist es natürlich sinnvoll, dass man da noch zeitlich eingrenzt oder auf die Gattung eingrenzt. Jetzt habe ich hier die Liste der Kirchenbücher, die es in diesem Ort gibt. Da kann ich jetzt runterscrollen. Und hier hatten wir immer lange Listen. Und das haben wir jetzt auch in verschiedene Bereiche so umgesetzt, dass dann eine neue Seite kommt, damit man nicht ewig scrollen muss, sondern einfach da auch von Seite zu Seite springen kann. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir das anschaue, dann sehen Sie, und das kennen Sie, die Archäen schon kennen, dass man da gar keinen Zugang hat, die Kirchenbücher eben nur sehen kann, wenn man da irgendeinen Zugang hat. Das heißt, hier wird dann gleich angegeben, pass auswählen oder nochmal dieses kostenlose Beispiel ansehen. Und wenn wir ins Konto reingehen, ich gehe mal in die Kontoübersicht rein, da sehen Sie jetzt, aha, der Pass ist abgelaufen, ich müsste jetzt neu buchen. Und hier sehen Sie auch noch das andere, was sich da angezeigt wird, die zuletzt betrachteten Kirchenbücher und die zuletzt durchgeführten Suchen, die werden auch immer angezeigt. Ich springe gerade zu einem anderen Browser, weil ich da auch mit einem anderen Account drin bin, wo ich nämlich Zugriff habe. Genau, das ist die typische Digitalisierung der ehemals mikroverfilmten Kirchenbücher in Württemberg. Und da kann man dann auch neu also auch sehen, wie der Viewer, welche Funktionen der da hat. Im Prinzip sind das alles die gleichen Funktionen, die Sie auch schon kennen, zum Teil ein bisschen anders. Also wir haben zuvor war das hier links oben, diese Leiste mit dem Zoomen und so weiter. Und da wurde uns eigentlich gesagt, dass man das, weil der Blick beim Lesen von links oben nach rechts beziehungsweise unten geht, das sehr störend wäre. Das ist jetzt leider so, auch bei anderen Änderungen, die wir gemacht haben, das ist halt immer so. Manche finden es so gut und manche anders. Also wir haben halt auch nochmal, weil da nochmal Leute auch nochmal nachgekagt haben, haben wir zum Beispiel jetzt das einfach transparent gemacht, sodass da hier nicht noch praktisch ein Viereck drumherum ist, eine Leiste, sondern die Sachen sind alle transparent, sodass da möglichst wenig Stoff zum Lesen verloren geht. Dann haben wir hier die altbekannte Zoom-Möglichkeit, um das hoch zu zoomen. Und an dem kann man es eigentlich vielleicht auch ganz gut sehen. Wir haben hier eine sehr dunkle Stelle, wir haben sehr helle Stellen. Ich kann hier links unten im Viewer, kann ich heller machen. So sehen Sie, es kommt das Schwarze hier deutlicher hervor. Wenn ich es aber dunkler mache, dann kann ich zum Teil helleren Stellen, die hellere Schrift besser lesen. Kannst du dann aber auch ganz einfach wieder auf den Mittelwert einstellen. Wir haben hier eine Möglichkeit zum Drehen, vor allem wenn halt mal ein Kirchebuch auf dem Kopf steht. Das sind so die Möglichkeiten und so die gängige, was wir hier am Viewer machen können. Eins, das ich nochmal hinweisen will, ist hier, wenn wir hier bei dem Ort sind, also Sie konnten vorhin beide Bundesländer dann unten dann suchen und hier ist auch so, bei den Kirchenkreisen können Sie dann die Gemeinden suchen, hier können Sie dann beim Ort die Kirchenbücher suchen. Also Sie könnten das einfach auch einen Suchbefehl eingeben. Sie können aber auch einfach hier runterscrollen und das Kirchenbuch auswählen, so wie ich das gemacht habe. Aber eins, was jetzt auch bei uns neu ist, wir hatten das auch schon, aber so fast ein bisschen versteckt. Wir haben hier und bei Württemberg ist es so in der Breite, wie wir es gemacht haben, auch neu. Sie kennen das Problem, ich suche irgendeinen Vorfahrt in dem Dorf X. Dorf X hat keine Kirche, keine eigene. Wo sind denn die Leute eingetragen? Diese Filialgeschichten sind auch sehr kompliziert. Die ändern sich im Laufe der Jahrhunderte. Aber hier haben wir wenigstens nochmal so einen Hinweis. Also hier bei diesem Firnzaal im Dortschwarzwald, da sehen Sie die zugehörigen Orte. Sie sehen auch so etwas wie Bohlhof. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Wohnplatz, vielleicht drei Häuser und so was. Also hier sind dann auch die kleineren Orte mit angegeben. Das haben wir bei mehreren Archiven haben wir da Unterlagen gekriegt, die wir dann auch so hinzufügen können, sodass die Suche da auch nochmal etwas vereinfacht wird. Genau. Oder wenn wir zum Beispiel nochmal einen anderen Ort eingeben. Hier Breckerfeld. Kirchenbüchersuch. Sie sehen hier, wenn ich das Kirchenbuch anklicke, dann haben Sie hier den Titel wieder oben. Dann haben Sie wieder hier den Bereich Digitalisat anzeigen. Wenn das grün ist, haben Sie freien Zugang, haben Sie einen Pass. Und hier sind auch wiederum Informationen drin. Hier sind es zum Beispiel nicht über die Orte, die dazu gehören, aber es gibt zum Beispiel ein Verzeihnis von Unterstützungsgeldern aus den Niederlanden. Eine Predigt und Informationen zur Kirchengeschichte. Da hat sich noch mal mit seinen Erforschungen noch mal verewigt. Solche Dinge hatten wir oft auf der allerletsten Ebene schon zu sehen, aber nicht schon, dass man es gleich dann eigentlich von Anfang an sehen kann. Sodass Sie auch solche Zusatzinformationen, die es in Kirchenbüchern oft gibt, dann einfach auch sehen können. Können wir uns dann anschauen. Wie immer die Funktionen. Was jetzt bei uns neu ist, ist hier oben, dass wir den Bildschirm vergrößern können. Also das, was man mit dem Erforschungs-Kirchebuch mehr auf dem Bildschirm hat und nicht so viel Menü drumherum. Sie haben ja auf der linken Seite die Thumbnails. Da wissen Sie ja, können Sie hier scrollen, Sie können hier das Menü aufklappen und zur Bildnummer gehen. Und das können Sie hier anklicken und dann geht es weg. Hier schalte ich es wieder ein und hier steht noch Vollbild. Hier, wenn ich hier drauf klicke, dann gehen die oberen Menüpunkte weg, so dass ich hier tatsächlich dann auch mehr Kirchenbuch auf der Seite habe. Das Spannende ist ja dann immer wieder, Sie haben ja, die Funktionen habe ich ja genannt. Spannende ist immer wieder die Frage, ja, wenn ich ein Kirchenbuch gefunden habe, wie finde ich das wieder? Sie können natürlich schriftliche Notizen machen, an Ihrem Laptop Notizen machen oder an Ihrem PC, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, um doch das wieder zu finden. Wir haben hier den sogenannten Permalink und da können Sie sogar die Zoom-Stufe mit einstellen. Also wenn Sie wirklich sagen, halt hier genau den Eintrag, mir geht es um den, nichts anderes, dann können Sie das sagen, okay, Zoom-Stufe, bitte, du die Zoom-Stufe mit übernehmen. Dann haben Sie hier einen Permalink, den Sie anklicken können, den Sie kopieren können. Der bietet sich vor allem an, also den können Sie selber bei sich speichern. Dann kommen Sie immer wieder auf dieses Bild und Sie können das auch im Forum, wo es ja die Hilfemöglichkeit gibt. Also am besten ist es da zu posten und sagen, kann mir jemand mal helfen hier beim Lesen? Ich komme nicht klar, weil dann die Leute dann da draufklicken, kommen nämlich genau auf die Seite und auch genau auf den Eintrag, den Sie ja meinen. Dann haben Sie die Möglichkeit, einen Download zu machen. Wir haben es geändert, das ist schon ein bisschen länger her, aber kein Hochformat und Querformat. Wir können hier, bevor Sie das herunterladen, es ist wirklich nur das, was hier im Fenster ist. Das heißt, Sie können hier nochmal ein bisschen hin und her, bis das, was Sie wollen, drin ist. Sie können es dann als ein PDF erzeugen, das dann hier angezeigt wird. Hier wird dann auch gleich angezeigt, in welchem Buch, welches Bild das ist. Und hier ein kleiner Tipp, wenn Sie sich da ein bisschen verteilen haben, wenn Sie innerhalb einer kurzen Zeit das mehrmals machen, wird da auch nicht Ihr Kontingent runtergezählt, sondern da wird dann wie einer gezählt, damit einfach solche Korrekturen auch einfacher machbar sind. Genau, das war das hier. Und dann wären hier noch die sogenannten Lesezeichen. Da steht es schon drin, auch vorgegeben, welches Landeskirche ist das, welches Kirchenbuch, welche Gemeinde ist es, können Sie erstellen. Sie können das nachträglich ändern oder können hier auch schon reinschreiben, Urgroß, Onkel, Georg oder so, was auch immer und dann das bezeichnen, sodass Sie dann nachher wissen, was Sie da gefunden haben, da ganz leicht wieder drauf zu greifen können. Schließen wir das Vollbild wieder. Das ist nämlich so, wenn ich auf mein Konto gehe, dann kann ich nämlich einerseits Nachrichten, persönliche Nachrichten von anderen Teilnehmern an Archion finden, aber ich finde auch hier die Lesezeichen, da sieht man jetzt die Lesezeichen, die ich gesetzt habe, man kann sie löschen, man kann sie bearbeiten und früher war das auch eine ewig lange Liste, das war dann für viele Leute, die sehr viele Lesezeichen gemacht haben, sehr unübersichtlich, wir haben auch hier das gecutt, abgeschnitten, sodass Sie hier wieder auf die nächste Seite gehen können. Das haben wir auch nach vielen Nutzerrückmeldungen dann mit eingegeben. Hier beim Kontobereich können Sie dann auch nach den Nachrichten Ihre Buchungen anschauen, Ihre Benutzerdaten anschauen, auch Ihre E-Mail-Adresse ändern. Hier können Sie dann, wenn Sie Gutscheine haben, einen Gutschein einlösen oder einen Gutschein kaufen. Aber wie gesagt, wenn Sie was buchen wollen oder da drauf klicke, dann haben Sie immer den Übersicht, welche Pässe gibt es da, was kann ich da kaufen. Beginnen wird man natürlich immer mit dem Monatspass, um zu schauen, wie man mit klarkommt und es gibt zwei Neuerungen noch. Wir hatten das oft, unsere Rabattaktionen sind manchmal so ungefähr ein Jahr spät, also Weihnachten haben wir immer oft, im Frühjahr haben wir auch oft, manchmal im Sommer, aber dann passiert es viele Leute dann auch, dass sie noch ihren Jahrespass, noch ein paar Wochen, ein paar Tage läuft und sie dann keinen Folgepass buchen konnten. Also das ist, haben wir es auch so geändert, wenn Sie nur noch einen kurzen Restlaufzeit Ihres Jahres oder drei Monatspasses haben, dann können Sie bei einer Rabattaktion das vergünstige Angebot auch schon nutzen und das kaufen und in dem Moment, wo Ihr aktueller Pass beendet, geht dann der neue Pass automatisch, schließt dann automatisch an, ohne dass Sie dann nochmal was machen müssen. Was wir auch neu haben, da wurden wir auch oft darum gebeten, die Menschen forschen ja unterschiedlich, manche machen kaum Downloads, manche machen ganz viele und da wir ja nur eine bestimmte Anzahl von Downloads bei jedem Pass haben, gibt es jetzt hier auch die Möglichkeit noch Pässe dazu zu kaufen und wir haben auch noch was anders geändert und zwar gerade speziell für die Gutscheine, da muss jetzt, wenn jemand seinem Familienangehörigen Gutschein schenken wollte, muss er sich selber immer registrieren, obwohl er vielleicht gar nicht selber forschen will, das haben wir jetzt geändert, da ist auch eine Gastbestellung ist da jetzt möglich. Das sind so, es sind keine Hauptthemen bei unserer Erneuerung, aber es war einfach doch, was wir so bei der Umarbeitung der Website, Neueschaffung, dann so Punkte, die wir einfließen lassen haben. Und dann, was ich so sehr gerne nochmal auch noch darauf verweisen will, das hatten wir hier vorher schon mal gesehen, das ist auch neu, die Kirchenbücher und hier sieht man das Material von Archienutzern, UGC. Da können Sie jetzt extra durchsuchen, wir haben, ich zeige es Ihnen auch gleich, immer Nutzerinnen und Nutzer, die transkribieren, die jetzt zum Beispiel bei einem sehr unübersichtlichen Kirchenbuch mal zusammenstellen, wie das Kirchenbuch aufgebaut ist. Und da kann man es dann eben auch suchen, wenn ich das jetzt eingebe, dann sehen Sie schon, aha, hier wird ein Inhaltsverzeichnis gezeigt und wenn ich mir das anschaue lasse, dann sehen Sie hier mit Kirchenbuch Billerzausen, das heißt, hier hat sich jemand die große Mühe gemacht, zusammenzustellen, also hier kommt erstmal an Rot, Taufen kommt von Bild da bis da und so weiter, dann kommt Billerzausen, Heimatshausen, also eine wirkliche Inhaltsangabe dieses Kirchenbuchs, was natürlich für die anderen Forschenden natürlich sehr hilfreich ist, damit sie dann eben sich die gleiche Mühe nicht nochmal machen müssen. Wenn wir jetzt da nochmal aber auf das Kirchenbuch selber drauf gehen, also nicht das UGC, dann sehen Sie hier rechts oben, da steht, wie es bisher auch war, bei UGC in Klammer 1, also hier gibt es ein UGC. Wenn ich jetzt nochmal in die Ortssuche gehe, dann kann ich Ihnen ein zweites Beispiel zeigen, nämlich Albersdorf da habe ich verschiedene Materialvernutzern, dann sehen Sie hier schon, das sind Abschriften. Können Sie sich dann auch wieder als PDF anzeigen lassen und da sehen Sie erstmal ein Inhaltsverzeichnis, aber dann tatsächlich dann auch eine komplette Abschrift des Kirchenbuchs. Sowas kann man dann eben selber hinterlegen und natürlich den anderen mitgeben, mitteilen, wenn Sie in einem Kirchenbuch sind. gibt es hier rechts oben die Möglichkeit UGC anzuzeigen, dann gibt es hier unten können Sie die Abschrift herunterlassen oder Sie können auch was Neues hinzufügen, geben dem einen Titel, wählen Ihre Datei aus, geben eine Quelle an und akzeptieren noch die AGB, dass wir das hier nutzen dürfen und dann können Sie das auch hochspeichern. So haben das schon einige gemacht, so kann man das dann auch, also gerade solche Inhaltsverzeichnisse oder so auch hochladen. Und hier oben sehen Sie noch zwei weitere wichtige Punkte, die jetzt nicht direkt am Viewer sind, aber auch vorher schon extra, also nicht im blauen Menüband sind. Das eine ist die Info, da haben Sie hier nochmal an der Stelle, also wenn Sie mit einem Kirchenbuch arbeiten, sich nicht mehr sicher sind, Mensch, wie waren die Informationen, vorher hatten wir ja auch noch Zusatzangaben, dann können Sie diese Infos einfach hier nochmal abrufen. Und das andere wichtige, UGC hatten wir ja schon, ist das Feedback. Also wenn Sie es hier, nehmen wir eine beschriebene Seite haben und da entdecken Sie irgendwas, zum Beispiel, dass da eine Jahreszahl drin ist, eine Zeit, Taufen drin sind, das im Titel gar nicht, in der Laufzeit gar nicht angegeben ist oder da plötzlich zwischen den Taufen Trauungen drinstehen, die auch im Titel nicht angegeben sind, was auch immer, können Sie dann ein Feedback uns geben, hier, das öffnet sich dann dieses Fenster und da können Sie den Themenbereich aussuchen, also zum Beispiel Metadaten oder wenn da beim Digitalisat einfach die unterirdische Qualität ist oder hier zum Beispiel Zeichen fehlen sollten oder Sonstiges, Sie können auswählen, um was es geht, schreiben uns eine Nachricht da rein und wenn Sie das dann abschicken, dann kommt es zu uns als E-Mail rein und das halt im Vergleich zu einer normalen E-Mail, die Sie an info.archion.de schicken, einfach den Vorteil, da ist dann für uns das Kirchenbuch, die Seite schon verlinkt, das heißt, wir wissen dann, ohne dass Sie beschreiben, welches Buch da jetzt gemeint ist, wir wissen dann schon direkt auf welches Buch Sie sich beziehen, bei solchen Feedbacks, die für uns auch und die Archive sehr wertvoll sind, die Sie da immer geben, die sprechen wir dann auch mit den Archiven ab, ob die stimmig sind oder wie das da gesehen wird oder ob es da einen anderen Grund gibt, wieso das so erscheint und dann wird es mit dem Archiv abgeklärt und dann entsprechend geändert. Das kann eben wegen diesem Rückversichern mal auch im Moment dauern, bis Sie da dann die Antwort kriegen, sonst geht es eigentlich immer sehr schnell. Genau, also wir haben hier diese Möglichkeiten zum Mitmachen, unser Archion zu verbessern, was Sie auch zum Glück sehr oft und sehr reichhaltig wahrnehmen, diese Möglichkeit, eben durch das UGC, durch User-Generated Content, durchs Feedback, aber auch und das ist natürlich hier auch oben zu sehen, hier das Forum gibt es natürlich auch, das hatten wir vor einiger Zeit schon mal erneuert gehabt, auch eine neue Software da eingefügt, da sind auch ein paar Sachen verbessert geworden, Sie können hier rechts oben zum Beispiel, wenn Sie da irgendwo Änderungen bei Archion hier draufklicken, dann können Sie hier oben in der Leiste Beobachten anklicken und dann werden Sie immer, wenn da dazu nochmal ein neuer Beitrag kommt, können Sie sich da per Mail dann entsprechend darauf hinweisen lassen, das ist eine völlig gängige Funktion bei einem Forum, das allerdings bei uns gefehlt hat. Also das waren jetzt eigentlich so, denke ich, die aller wesentlichsten Dinge. Sie können jederzeit uns natürlich auch eine E-Mail schicken, also über das Feedback-Formular oder info-at-arion.de, wenn Sie Fragen haben, haben Sie da bitte keine Scheu und ansonsten wäre ich jetzt nochmal mit einem so Überblick fertig und bin schon gespannt auf Ihre Fragen. Und zwar war vorhin der Hinweis, dass eine Info ist, welche Orte in dem Buch drin sind. Das kann man auch speziell dann nach dem Ort suchen oder muss man von vornherein schon wissen, in welchem Kirchenbuch das ist? Ne, Sie können nach dem Ort suchen oder die da drin sind, nach denen können Sie suchen. Okay, danke. Und noch eine Frage, die Scroll-Funktion, also die Vergrößerungsfunktion. Ist die jetzt wieder nur, dass man, wenn man auf das Pluszeichen klickt, das in einigen Sprüngen oder ist das, dass man sich die Vergrößerung so einstellen kann, wie man sie gerade braucht? Nein, das ist wie bisher. Ist wie bisher. Besteht denn da die Möglichkeit oder die Hoffnung, dass das irgendwann geändert wird? Weil das ist für den User extrem, also für mich zum Teil, ich muss nicht gestehen, ich habe fast nur katholische Vorfahren, bin also dementsprechend selten bei Archion, aber es nervt mich, wenn ich nicht richtig einstellen kann, also flexibel einstellen kann, welche Vergrößerung ich haben will. Entweder ist es mir zu groß oder zu klein. Also ich habe es schon von etlichen gehört, die das bemängeln, dass man das also nicht flexibel einstellen kann, wie zum Beispiel bei Matricula, da kann man das ja ganz flexibel einstellen, wie groß man das haben will. Ja, diese Kritik oder diese Anmerkung, die kennen wir natürlich, das ist bei unserem Viewer, denn wir haben quasi so in der DNA oder eine ganz grundlegende Geschichte, weil wir das, also kein einzelnes Bild haben, das wir dann hochzoomen, sondern wir haben das Bild in verschiedene Teilbilder aufgegliedert und dann werden jeweils, also wenn Sie in die Ecke klicken, wird das gesamte Bild nicht geladen, sondern nur die Bilder in der Ecke. Das ist also so quasi das Grundprinzip von unserem Viewer, da können wir nicht ganz einfach weg, sondern müssen den ganzen Viewer praktisch was ganz komplett anderes machen. Das haben wir diesmal nicht und es ist ja auch nicht realistisch, dass wir das in nächster Zeit machen. Ich habe eine Frage auch zu den Features. Bei Matricula hat man beispielsweise noch das Thema Kontrast, weil Archion selbst kann ja nichts dafür, wenn die Verfilmung schlecht ist und wenn die Verfilmungen teilweise zu hell sind, nützt die Helligkeitseinstellung gar nichts. Also dann wäre halt ein Kontrast, dass ich die Grenze zwischen hell-dunkel Verschiebung nachregulieren kann, ähnlich wie bei Matricula sehr hilfreich. Das hat jetzt glaube ich erstmal nichts mit dem stufenlosen Zoom zu tun. Ist das ein Feature, was mal angedacht ist? Es war angedacht, wir hatten es dann wieder verworfen. Ich habe mir das jetzt aber nochmal notiert. Die Seiten sind teilweise in bestimmten Regionen sehr hell verfilmt und da ist jetzt noch meine nachfolgende Frage. Archion bekommt ja von den Landeskirchenarchiven oder beziehungsweise von den Archiven die Dateien zugeliefert von den Verfilmungen. Wenn ich jetzt feststelle, dass dort Verfilmungen zu hell oder zu dunkel sind und die Seiten nicht lesbar sind, mache ich das dann über das Feedback und Sie kontaktieren dann die Archive, weil teilweise liegen die Kirchenbücher ja dann wieder in den Pfadändern. also die Hoffnung auf eine Nachverfilmung ist ja eher gering an der Stelle. Ja, also das haben Sie recht, also wir bekommen ja von den Archiven die Digitalisate und die sind halt so, manche haben es vom Original, manche von Mikrofilme, das kennen Sie, da sind die Qualitäten unterschiedlich. Wenn Sie, aber das ist auch gut, wenn Sie da ein Feedback geben, das passiert ja auch regelmäßig, ist gut, sehen Sie uns das direkt geben, wir melden das immer an das zuständige Archiv. Es ist nur natürlich so, die Bedingungen in einem Archiv sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also da hat ein Archiv zum Beispiel für die Digitalisierung einmal extra Geld gekriegt, hat aber quasi dann nichts mehr, um da irgendwas nachzuarbeiten. Oder könnte sagen, ja, können wir mal probieren, ob man eine fiktive Zahl in fünf Jahren da so viel zusammenkommen ist, dass wir da noch mal Gelder beantragen. Es gibt dann aber Archive, die vielleicht die Kirchenbücher beim Archiv selber haben. Zum Teil haben sie manche komplett, manche haben sie nur teilweise, aber da können die dann unter Umständen auch mal einzelne Seiten tatsächlich scannen oder mal ein ganzes Buch untersetzen. Die Bedienungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es ist sehr gut, wenn sie es melden. Wir geben es auch weiter, aber es hängt dann vom jeweiligen Fall ab, ob da eine schnellere oder eine sehr, sehr späte Umrealisierung gemacht werden kann. Und wonach entscheiden sie eigentlich, wenn sie die Dateien bekommen, was zuerst hochgeladen wird? Weil im Landeskirchenarchiv teilweise sagen, dass die Daten schon vor einer ganzen Weile an Archivion gegeben wurden und dann gibt es ja wahrscheinlich irgendwie Nadelöhr im Upload oder? Nee, das ist so, wir haben, also wir müssen es ja, also wir bearbeiten es erstmal bei uns, in einer gewissen Prüfung über die Festplatten und so weiter. Unsere ITler auch, die Bilder, ich hatte es ja gerade vorhin gesagt, werden dann je nach Zoom-Stufe in mehr oder weniger Teile dann zerlegt, also es wird dann eben neu berechnet bei unserem IT-Dienstleister und es ist so, man kann eigentlich generell sagen, wenn es zu uns ins Haus reinkommt, steht es ein halbes Jahr später online. Okay, danke. Also das ist eigentlich, also gibt es kaum Ausnahmen. Sie trennen ja manchmal Kirchenbezirk Freiberg in Sachsen, da wird irgendwie bis Buchstabe, ich weiß gar nicht, es war M hochgeladen und dann kommt irgendwie dreiviertel Jahr oder ein Jahr später nochmal der Rest. Genau, das ist dann aber einfach so, weil wir das auch entsprechend später gekriegt haben. Also es gibt wirklich ganz, ganz seltene Ausnahme, aber ein halbes Jahr später ist das online. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Frage 1, mir war am Anfang aufgefallen, dass beim Zeigen der, in Anführungsstrichen, Deutschlandkarte eigentlich wesentliche Bereiche wie Ost- und Westpreußen gar nicht angezeigt werden und gerade Anfänger ja nicht wissen, dass die Kirchenbücher unter Berlin-Mitte oder wo auch immer zu finden sind. Ja, und zumal ja in der Suchzeile nicht Archiv steht, sondern Ortssuche, also wenn man da nicht weiß, dass Ostpreußen irgendwo bei ihnen verdrahtet ist, dann wird es man wahrscheinlich erstmal nicht finden. Der zweite Punkt, wir sprachen ja gerade über das Feedback. Meine Frage, gibt es zum Feedback ein Feedback? Also wenn ich Ihnen etwas melde, dass mir bestimmte Dinge aufgefallen sind, Sie hatten ja gerade ein paar Beispiele genannt, dann warte ich ja irgendwann darauf, dass ich eine Antwort bekomme, um festzustellen, ist das Digitalisat korrigiert, ergänzt oder wie auch immer worden. Passiert so was? In der Regel ja. Also ich kann mich darauf verlassen, muss das ich irgendwie wegspeichern, um da wieder nachzufragen. Sie kriegen auf jeden Fall gleich mal eine Antwort, dass wir es bekommen haben, dass wir es zur Kenntnis genommen haben und dann später nochmal. Also wir haben ein sogenanntes Ticketsystem bei unseren Anfragen, das heißt, wenn Sie an info.archion müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie da info.archion.de schreiben, dann kriegt nicht irgendeinen Mitarbeiter diese E-Mail, sondern die geht in ein System rein, kriegt dann auch gleich eine Nummer und da können wir dann, also das wird auch praktisch ja täglich natürlich auch gelesen und beantwortet und da können jetzt zum Beispiel einer von uns dann sagen, oh, das ist eine sehr spezielle Frage, das muss der Kollege oder Kollegin so und so, kann dann das zuschreiben beziehungsweise auch unserem IT-Dienstleister dieses Thema zuschreiben, dann kriegt er das bei ihm dann aufgezeigt, hoppla, da ist was für dich und dann wird praktisch jede Antwort, die wir geben oder jede Rückfrage, die da kommt, wie sehe ich denn unter dieser Nummer alles, das heißt, wenn Sie denn unter der Nummer eine Rückfrage haben, sehe ich denn gleich auf dem Bildschirm, dass Sie schon mal angefragt haben und was wir geantwortet haben. Also Sie teilen mir dann auch die Ticketnummer mit? Ja. Okay. Die steht dann da drin, das heißt, wenn Sie dann mal, was weiß ich, vielleicht auch schon viele Rückmeldungen gegeben haben und haben dann in Ihrer Mail da diese Ticketnummer und Sie die angeben, dann können wir direkt drauf zugreifen. Okay. Dann zu meiner ersten Bemerkung. Also das erscheint aber erst in dem Moment, wo Sie aufs Zentralarchiv in Berlin klicken, dann sehen Sie das. Ich habe es den Vorschlag machen, dass das irgendwie gerade auf der Staatsseite erkennbar ist, dass der Ost- und Westpreußen da und da zu finden sind, sonst findet das kein Mensch. Ich habe mir das auch notiert, ganz klar. Danke. Das Problem, was wir natürlich immer haben bei dieser ganzen Geschichte, ist die, wir können keine Deutschlandkarte mit den Ostgebieten da vorne abdrucken. Das sieht dann so aus, als wollten wir da irgendwelche Grenzen wieder verschieben, aber Sie haben recht, dass man da einen Hinweis zur Startseite hat, das müssen wir uns überlegen, ja, das ist wichtig. Okay, danke. Also, ist einfach so. Ich kann Ihnen da nichts anderes sagen, als dass die Einwand berechtigt ist. Ich habe mir das auch notiert. Guten Abend, ich muss gestehen, ich bin noch nicht so Archäon bewandert, aber mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich bestimmte Orte, die mich interessieren, oft kommt ja die Information, gar keine Daten vorhanden. Macht es dann Sinn, den Zugang zu buchen? Kriegt man dann doch andere Informationen zu dem Ort? Nein. Ist dann wirklich nichts zu wollen? Nichts zu wollen, bitte nein, bitte nicht buchen. Deshalb, also, Sie können ja alles, Sie können alles suchen und so weiter, können Sie alles machen, Sie können nur die Kirchenbücher nicht anschauen, wenn Sie keinen Pass haben. Deshalb kann man aber alles andere suchen. Muss man ein bisschen nochmal, vielleicht nochmal genau differenzieren. Also, das heißt, wenn Sie, ich habe Ihnen ja das gezeigt, Beispiel Nordschwarzwald, Birnsaal, wo dann der Bohlhof und das und jenes noch zurückgekehrt haben, das haben wir nicht überall. Das heißt, wenn Sie jetzt da was suchen und finden nichts, dann ist es auch sehr wahrscheinlich bei anderen Landeskirchen, wo wir diese Information noch nicht haben. Da kann natürlich sein, dass so eine Filialkirche, da ist es doch schon sinnvoll, dass Sie sich da erkundig machen, eine historische Quelle oder beim Bereich von Computergenealogie, beim genealogischen Ortsverzeichnis nach dem Ort suchen und da gucken, gibt es da irgendwelche Informationen, wo der Ort noch drinstehen könnte. Aber wie gesagt, das haben wir noch nicht bei allen. Aber sonst normalerweise, bitte nicht auf Verdacht buchen. Deshalb haben wir die Suche nach dem Ort, ist frei möglich, ohne was zu bezahlen und wir haben ja einerseits den Newsletter, den ich Ihnen ja gezeigt habe oder wo Sie sich anmelden können, wo wir monatlich auch sagen, was ist online gegangen. Wir haben unter den News, die neuen Digitalisate, können Sie schauen, was geht online in Facebook, Instagram, Twitter, posten wir auch, was neu online gegangen ist oder einfach, was weiß ich, ein halbes Jahr später wieder suchen oder so oder irgendwann später nochmal. Bitte nicht buchen, wenn Sie den Ort nicht finden, weil sonst haben Sie es einfach umsonst gemacht. Okay, schönen Dank. Ich habe da auch nochmal, das passt eigentlich zu dem vorherigen Thema, weil ich warte unbedingt aus Kirchenbüchern aus Eisleben in Sachsen-Anhalt. Kann man da schon noch irgendwas sagen, wann die online gehen? Ne, wir haben da jetzt natürlich einen direkten Blick drauf, was so in nächster Zeit online geht. Können da auch ein bisschen Auskunft geben. Also nicht, also wir haben schon, wir wissen schon, wenn Sie jetzt auf die Seite des Archivs, also eben jetzt ein Archiv suchen und da auf der Seite des Archivs sind, also wir jetzt zum Beispiel im Zentralarchiv in Berlin, da steht unten immer auch Thema, was ist zum Beispiel hier, was ist bei Archion schon online, was kommt noch? Solche Informationen finden Sie da und da sind manchmal auch, je nach Landeskirche auch, in welche Reihenfolge die Kirchenbezirke kommen. Sowas steht da manchmal schon und da lässt sich aber weder vom Archiv noch von uns immer ganz genau sagen, wann das passiert. Die geben das dann oft, die Archive in Auftrag, der Dienstleister verspätet sich mal oder irgendwas weiß ich was. Das kann man nicht so genau präzise sagen. Wie gesagt, wenn wir es haben, dann ein halbes Jahr, das ist recht verlässlich. Können Sie erst mal schauen, ob auf der Seite vom Archiv da noch irgendeine Info steht. Sonst schreiben Sie gerne uns eine Adresse. Es kann sein, dass Sie zur Auskunft kriegen, können wir gerade nicht sagen, aber es kann auch sein, Sie kriegen eine Auskunft. Also da schauen wir dann nach. Das kann ich gerade im Moment von hier aus nicht machen. Ich wollte mich demnächst auch etwas intensiver mit Archion beschäftigen und mein Plan war eigentlich, dass ich mir so einen Pass besorge, bei dem man dann so eine Menge von Tagen buchen konnte, weil ich im Moment nicht absehen kann, dass ich zum Beispiel drei Monate oder so am Stück Zeit haben werde. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es den im Moment nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Wir haben also auch unsere, praktisch welche Pässe wir haben, haben das jetzt verschlangt. Wir haben einerseits, wir hatten früher Pässe für, also für Berufsgenialogen hatten wir, Spezialpässe, die dann ganz viele Downloads hatten und mehr zahlen mussten. Hat sich aber auch da gezeigt, dass sich das nicht, die dann diese Menge an Downloads gar nicht brauchen. Also die haben wir komplett gecancelt und dann auch den 20-Tages-Pass, auf den Sie ansprechen, das ist tatsächlich so, der wurde so wenig gefragt, dass wir den gestoppt haben. Ja, das ist richtig. Der wird jetzt auch nicht wiederkommen. Das ist unwahrscheinlich. Denn ich hatte von vielen gehört, dass die das wohl gerne gemacht haben. Aber es ist natürlich so, dass viele das sagen und dann doch nicht machen. Ja, also da war wirklich der Zuspruch. Also natürlich, klar, Leute, die das immer gemacht haben, für die war das sinnvoll. Es gab da auch Probleme. Das heißt, die mussten da im Prinzip immer, wenn sie geschaut haben, wie viele Tage habe ich noch, haben sie sich eingeloggt und dann war im Prinzip der Tag schon futsch. Also da mussten sie eigentlich dann auch gleich forschen. Der lag so ein bisschen quer und deswegen haben wir den jetzt rausgenommen. Also wir notieren, wir nehmen das zur Kenntnis, wenn die Leute sagen, habe Interesse. Ich würde es aber, heißt es so unwahrscheinlich, dass wir ihn wieder aufnehmen. Ich habe eine Frage. Wenn ich morgen einen Drei-Monats-Pass kaufe zu den vergünstigten Bedingungen, dann ist das ja ein Gutschein, den ich verschenken kann. Kann ich den auch selbst in 14 Tagen aktivieren? Ja. Also Gutscheine kann man sich generell selber schenken. Okay, danke schön. Sie buchen das, Sie kriegen dann einen Gutschein, also einen PDF zum Ausdrucken, können Sie dann ein schönes Papierdrucker jemandem schenken. Sie kriegen dann einen Gutschein-Code und den können Sie dann in dem, wo es steht Zugang kaufen, wenn Sie da draufklicken, da steht dann irgendwo weiter unten, steht Gutschein einlösen, da müssen Sie den Code eingehen. Ob Sie das jetzt sich selber schenken oder jemandem anders, das ist dann ganz Ihnen überlassen. Gibt es eine Frist, bis zu der man das eingelöst haben muss? Ja. Die ist in der Regel immer drei Jahre. Ich habe noch einen kleinen Hinweis auf eine Fehlermeldung, würde ich schon sagen, wenn ich auf alle Archive klicke und dann nur den Ort Speyer eingebe, kommen nur das Landesarchiv und das Bistungsarchiv, aber nicht das landeskirchliche Archiv. Ah, schön, super. Das bekommt man erst, wenn man das Bundesland Rheinland-Pfalz eingibt. Das ist ja ein Ding. Nein. Ganz herzlichen Dank für den, keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber ganz herzlichen Dank. Wenn man das Rheinland-Pfalz mit eingibt, dann sind natürlich alle Archive da. Ja. Kein Problem. Ich bin ein Neuling und ich habe eine Frage zu dem Drei-Monats-Ticket. Muss man dann drei Monate hintereinander forschen oder wird das nach Tagen aufgelistet? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist hier, wenn Sie es hier sehen, beim Drei-Monats-Pass, da steht drei Monate lang Nutzen und eingeschränkter Zugang für 90 Tage. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie den jetzt buchen, dann beginnt es und nach 90 Tagen ist dann automatisch Ende. Also wir haben ja prinzipiell nur Pässe, also keine Abonnements. Da verlängert sich nichts. Aber das heißt, bei allen diesen Dingen, in dem Moment, wo Sie das jetzt buchen, fangen die 90 Tage an und danach ist rum. Und in dieser Zeit, ob Sie da jetzt immer nur am Wochenende oder jeden Tag, das ist dann völlig Ihnen überlassen. Also dann haben Sie 90 Tage Zeit. Dann bedanken wir uns bei Herrn Müller-Bauer sehr informativ und doch sehr viele Tipps noch mal mitgenommen, was auch die Nachfragen und so bestätigen, dass da doch großes Interesse ist. Und wir haben auch gesehen, es war die Teilnehmerzahl sehr hoch und ja, eine wertvolle Quelle und wir haben, denke ich, alle sehr viel mitgenommen. Nochmal herzlichen Dank an Sie und an alle, die sich beteiligt haben. Ja, ich möchte mich auch noch mal bedanken für das rege Interesse. Hat mich sehr gefreut und auch natürlich für die Einladung, dass ich hier bei Ihnen sprechen durfte und erklären durfte und einfach noch mal auch an alle Zuhörenden das Dankeschön und auch die Bitte, ohne Scheu, uns einfach zu fragen, wenn was ist, irgendwas unklar ist, bitte einfach melden oder auch natürlich so, wie gerade vorhin passiert, auch wenn mal ein Bund-Fehler auftaucht, einfach melden, und dann können wir uns der Sache annehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020